Wie ist Karls Erlebnisdorf? Hallo und guten Tag. Ich möchte euch heute gerne mal erzählen, wie aus einem kleinen Bauernhof eigentlich Karls Erlebnisdorf geworden ist. 1921 hat mein Opa Karl in der Nähe von Rostock in einem kleinen Dorf seinen Betrieb gegründet. Dort wurden Gemüse und Obst angebaut. Das wurde per Pferdefuhrwerk zweimal in der Woche nach Rostock zum Wochenmarkt gefahren und dort an Endkunden verkauft. Wie man sieht, auch zur Freude der Erdbeeren. 1945 dann ist die ganze Familie Opa Karl mit seinen fünf Kindern nach Ostholstein geflüchtet, um dann dort einen neuen kleinen Betrieb zu gründen. Und schon wenige Jahre später sind dann Anfang der 50er Jahre die Schwartauer Werke gebaut worden. Das war nicht weit von Warnsdorf in Ostholstein entfernt. Und die suchten per Zeitungsanzeige Vertragsanbauer, die für die Schwartauer Werke Erdbeeren anbauten. Da hatte sich Opa Karl dann beworben, wurde auch genommen. Und so wurde dann innerhalb ganz weniger Jahre aus diesem gemischtbaren Laden ein reiner Erdbeerhof. Und der wuchs dann Jahr für Jahr. Mein Vater hat den dann irgendwann übernommen und weiter ausgebaut. Es wurden nur Erdbeeren angebaut. Und meine Schwester Ulrike und ich sind dann quasi auf dem Erdbeerfeld groß geworden. Bis 1989 dann die Wiedervereinigung kam und ja nicht nur die deutsch-deutsche Grenze fiel, sondern auch die Grenze nach Polen, nach Tschechien und so weiter. Und die Schwartauer Werke hatten damals die Möglichkeit, in Polen die Erdbeeren wesentlich günstiger zu kriegen. So musste mein Vater sich dann überlegen, was wird aus diesem Betrieb, was wird aus dem Erdbeerhof und wie verkaufen wir unsere Erdbeeren. Der Zufall wollte es so, dass Ulrike, meine Schwester, damals aus England kam von einem Schüleraustausch. Unter anderem war sie da mit ihrer Familie in Wimbledon bei einem Tennismatch. Und auf einem Foto, was sie dann zu Hause vorzeigte, war ein großer Erdbeerverkaufsstand zu sehen, aus dem Erdbeeren mit Schlagsahne verkauft wurden. Und diesen Erdbeerverkaufsstand, den hat mein Vater gesehen und das hat sofort Klick gemacht. Die Idee war super, Erdbeeren aus solchen Erdbeerverkaufsständen zu verkaufen. Das gab es damals noch nicht in Deutschland, das war also eine Neuheit. Und dieser Stand aus Wimbledon, der war dann schon zwei Tage später hier in Warnsdorf auf dem Erdbeerhof. Mein Vater hatte den dann mit einem Autoanhänger organisiert und hierher gebracht. Und der diente dann als Vorlage für die heutigen Erdbeerverkaufsstände. Und so hat der Betrieb eine Wende genommen und war mit einmal ein reiner Direktvermarktungsbetrieb. Da staunst du. Wir waren sogar schon mal in England. Ich selber habe eine Obstbaulehre gemacht und nach der Lehre dann ein Jahr in Polen verbracht, um Polnisch zu lernen. Und dort erreichte mich irgendwann ein Brief von meinem Vater. Ein langer Brief, 17 Seiten, in dem er mir die ganze Geschichte von Opa Karl und so weiter mal erzählt. Und auf den letzten beiden Seiten kam er dann zur Sache. Er hatte nämlich den Vorschlag, mach dich selbstständig. Und zwar da, wo wir ursprünglich mal hergekommen sind, in Rövershagen bei Rostock. Und so kam es dann, dass ich 1992 dort einen kleinen Erdbeeranbaubetrieb gegründet habe. Und in diesem Brief von meinem Vater stand ein Satz, der war damals schon sehr weise, nämlich die endgültige Betriebsgröße wird vom Absatz bestimmt. Und dieser Satz, der trifft im Grunde ja heute noch zu und der gibt uns ja viel Raum, uns auch zu entwickeln. Und 1993 war dann die erste Erdbeerernte in Rövershagen. Aber nach der Erdbeerernte, da kamen trotzdem viele Gäste auf den Erdbeerhof und wollten eigentlich gerne irgendetwas kaufen. Und wir haben dann angefangen, aus der Not eigentlich eine Tugel zu machen und haben dann aus dem Nachbardorf ein bisschen Landsalami gekauft und dort wieder verkauft. In dem kleinen Mini-Bauernmarkt, der hatte nur 120 Quadratmeter Größe. Dann gab es noch einen Stehtisch, wo ein bisschen Kuchen und eine Tasse Kaffee, die man sich dort nehmen konnte, drauf war. Und draußen vor der Tür stand aus einem Baumarkt ein einfacher Spielplatz. Und so war eigentlich schon die Saat gelegt für das heutige Erlebnisdorf, also Handel, Gastronomie und Erlebnis. Das war schon so die Urzelle, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so geahnt haben, aber es war letztlich so der Anfang von allem. Und der Betrieb hat sich dann daraufhin weiterentwickelt. Er hieß die ganze Zeit immer noch Erdbeerhof Rövershagen, so wie wir das in Warnsdorf auch gelernt hatten. Erdbeerhof Warnsdorf infolgedessen, also Erdbeerhof Rövershagen. Und als der Betrieb dann immer größer wurde, da war ich mit meiner Frau mal auf einer Reise in den USA und wir haben gedacht, das ist doch kein guter Name mehr für uns. Weil das ja auch viele Urlauber zum Beispiel gerade in die Irre führt. Erdbeerhof, da muss ich im Winter ja nicht hinfahren, was soll ich da? Erdbeeren gibt es da ja keine. Also wir brauchten einen anderen Namen. Und da hatten wir dann diese schönen Namen der Unternehmen gesehen, die dann auch immer unten in der Zeile darunter noch das Gründungsjahr stehen hatten. Und dann haben wir uns an den Namen von meinem Opa Karl erinnert. Karl, ein traditioneller Name, der passte eigentlich wie die Faust aufs Auge auch zu unserem Konzept irgendwo dazu. Und dann das Gründungsdatum 1921 und so war das eigentlich klar, unser neuer Name sollte sein, Karls seit 1921. Wir haben dann im Jahr 2000 war das das Logo zeichnen lassen, haben uns überlegt, dass das ideale Einführungsdatum dafür eigentlich das Jahr 2001 ist. Haben eine riesengroße Erdbeertorte gebacken, die größte Erdbeertorte der Welt, übrigens ist sogar im Guinness Buch eingetragen. Und haben dann im Juni, am 5. Juni 2001 über Nacht den Namen vom Erdbeerhof Röbershagen auf den Namen Karls Erlebnishof geändert. Und das ist auch gut angekommen bei den Gästen und fortan hießen wir Karls. Der Betrieb hat sich dann weiterentwickelt und es ist sehr groß geworden eigentlich schon damals. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt, das war so um 2010, da beschlich uns eigentlich so eine gewisse Unzufriedenheit mit dem, was wir da taten. Nicht mit unserem Erdbeeranbau, den fanden wir nach wie vor hervorragend. Aber dieser Erlebnishof, der war, das war uns nicht mehr ganz klar, in welche Richtung entwickeln wir uns da eigentlich. Und uns gefiel es nicht mehr richtig. Ja, war so. Meine Frau, meine Schwester und ich, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben wirklich gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen den Betrieb zu und bauen nur noch Erdbeeren an. Oder wir machen aus Karls ein Unternehmen, was uns selbst gefällt. Und dazu haben wir uns dann ein Notizbuch genommen, haben da glaube ich 80 Adjektive damals reingeschrieben, die wir gerne hören würden, wenn uns ein anderer beschreibt. Aber 80 Adjektive, das waren zu viele, um danach ein Unternehmen zu führen. Und wir haben dann etliche weggestrichen und so lange miteinander diskutiert, bis dann sechs übrig geblieben sind. Ich nenne ihn die jetzt mal. Kreativ, authentisch, familiär, großzügig, liebevoll und augenzwinkernd. Ach so. Ja, genau. Und das waren dann unsere sechs Adjektive. Und uns war bewusst, wenn wir die anwenden bei unserem täglichen Tun, dann entsteht ein Unternehmen und dann welches Begeisterung auslöst. Und wir haben dann uns an die Arbeit gemacht und ich erzähle gerne mal das Beispiel vom Brot. Wir hatten damals auch schon Brot und das sah auch wirklich gut aus, aber das war aus einer Backmischung. Und wenn man mal hinten auf dem Sack gelesen hat, was in dieser Backmischung alles drin ist für Zutaten, dann ist man eigentlich schnell darauf gekommen, dass man sagt, das ist nicht authentisch. Authentisch wäre es, wenn man aus Mehl, aus Salz, aus Wasser und aus Hefe ein Brot backt. Mehr braucht man dazu nämlich eigentlich nicht, um ein leckeres Brot zu backen. Denn hätte man ein authentisches Brot, dann sind wir zu unserem Bäckermeister gegangen, haben ihm von dieser Idee erzählt, dass wir wie früher backen wollen aus vier Zutaten und nicht aus 28 wie in einer Backmischung. Der erste Bäckermeister hat dann gekündigt, aber es kamen dann andere Leute dazu, ein neuer Bäckermeister zum Beispiel, die begeistert waren von der Idee, dass sie so backen konnten. Und das betrifft ja dann nur beispielhaft das Brot und das gilt aber für ganz viele andere Bereiche. Und so haben wir das Unternehmen Karls nach und nach umgebaut zu dem, was es heute ist. Und wir können heute eigentlich wirklich sagen, uns gefällt Karls heute gut. Also wir haben aus Karls ein Unternehmen gemacht, was uns selbst gefällt und sind da froh darüber, dass wir uns damals so entschieden haben. Wir sind immer noch auf einem Weg und täglich passieren uns da neue Dinge, die wir lernen, dass man zum Beispiel Pommes fritz statt in Palmfett auch in Rapsöl frittieren kann. Und was dann wiederum authentisch ist. Wir brauchen dafür kein Palmfett. Das sind alles solche kleinen Geschichten, von denen es inzwischen hunderte hier bei Karls gibt. Also wir sind froh, dass wir uns damals dazu entschieden haben, aus Karls ein Unternehmen zu machen, was uns selbst gefällt. Und ich hoffe, dass es euch auch gefällt und wünsche euch hier einen ganz tollen Tag heute bei Karls. Wir beide wünschen euch einen tollen Tag bei Karls. Viel Spaß!